Diese beiden Zusammenhänge sind jetzt nicht bestätigt. Jetzt sehen wir Bilder live vom Stadion. Es werden die Innentorbe aufgemacht, dass die Zuschauer auf den Platz laufen dürfen. Dort hatte ich eine neue Sicherheitsmaßnahme jetzt der Polizei. Und einer Geiselnahme ist auch die Rede, die es angeblich in einer Konzerthalle gegeben hat, hier in Paris. Und in Anfang hat ja alles heute vor Mittag mit einer Bombe im Deutschen Spieler Hotel, die sich Gott sei Dank nicht bestätigt hat. Er hatte mal noch die Hoffnung, das war alles nur ein übler Scherz an diesem Tag. Aber dass der Tag eine solche Bindung nimmt, das heißt uns allen die Bomben unter den Füßen... Explosion d'une Bombe. Explosion d'une Bombe. Es gibt noch zwei Minuten. Es gibt noch eine Minute, da. Explosion. High Event. Louis oportuners setzen. Grunter ist eine Bombe, bloß. Explosion. Ein Junge. Du bist du Bataar. Du bist du Bataar. Du bist du Bataar.